So und damit Willkommen zu einem weiteren Video von mir, mal wieder. Willkommen zu meinem fünften Vlog, heute gehe ich mal wieder zum Tait, Tait Birne, YouTuber, gell, der kleine Rocker, und ja, ich gehe jetzt gleich. Wollt ihr mich verarschen? Wisst ihr, was mir jetzt gerade passiert ist? Das hier. Moment. Hier, das hier, heißt auch, das hier, ist abgebrochen. Hier. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt muss ich das Ding hier nehmen. Den Griff, das ist kein Stativ, das ist ein Griff. Ja. Aber diesmal hole ich mir einen echten Gorillapod. Warte, so billige Fechtung ist der totalste Scheiß der Welt. Dann, bis später. Ich bin jetzt bei meinem Freund. Äh, ich benutze gerade sein Stativ, weil ich meine, die ich dabei habe. Und jetzt machen wir heute mal ein paar Trampel-Tricks. Tricks. Ach, Kitz. Wie zur Zeit haben ! Z她 werden leverage hier in derimoto's. Dann dann, bis später. Das war, bis später. mit Poss EMOTMATION! Halt Kitz dopamine. Wie geht es wieder. Bis zum nächsten Mal, bis aí. Und zwar. Äuftfil. Bis zum nächsten Mal, mit WhatsApp. It was at this moment that Nathan knew, he fucked up. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. What the fuck? Oh shit. Oh, you have it on. Is it enough enough? Ja. Alles klar. So, wir gehen jetzt zu mir und zocken. Da geht ihr auch noch ein Nachschub. Bis dann zu Hause. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Die Zeit war schon da. Wir haben ein bisschen blazy gezockt. Dann ist er gerade eben gegangen. Und ich habe jetzt nichts zwischendurch gefilmt, weil ich einfach keine Zeit hatte. Und ich bin mit dem Fahrrad gefahren, das ist ein bisschen schwer. Und, naja. So, hier bin ich gerade noch mal. Ich filme gerade mein Handy. Und ihr habt es wahrscheinlich gerade eben schon gesehen. Mein Stativ ist ja kaputt. Mein kleines für den Vlog. Und da habe ich mir gerade eben noch was gekauft. Das sieht man gerade drauf. Einen echten Gorilla-Pouch. Ist klein, aber original. Und das andere ist ja kaputt. Deswegen filme ich jetzt mit dem. Hallo. Jo, ich bin es gerade noch mal hier. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen. Ich habe ein neues Stativ. So, ich bin es gerade noch mal. Ihr, das hier. Damit filme ich gerade nur mit der Hand. Ähm, auf jeden Fall. Dieses Video, was ihr gerade eben gesehen habt, war am Freitag, den 24. 3. Und. Jetzt will ich heute noch was sagen. Ich bin ein bisschen erkältet, weil wir haben jetzt den 27. Also Montag den 3. Wahrscheinlich kommen jetzt erstmal keine Videos mehr. Deswegen. Wartet. Nicht so. Also. Wart nicht da drauf. Ich sage euch dann Bescheid. Wenn es vielleicht Videos wieder gibt. Aber jetzt wirklich mal. Ciao.